Hallo, mein Name ist Tobias und in dieser Serie Meine Cloud zeige ich Softwarekomponenten, die wir verwenden, um unsere Cloud zu betreiben. Und zwar sowohl bei uns im Keller als auch im Rechenzentrum. Heute schauen wir uns Docker an. Docker ist ein Tool, das wir verwenden, um die Software, die wir in der Cloud laufen lassen wollen, zu verpacken und zu betreiben. Docker vereinfacht den Betrieb und das Deployment von dieser Software ganz erheblich und hat deswegen in den letzten Jahren eine wahnsinnige Verbreitung erreicht. Das gute Tooling, was Docker als auch das Ökosystem, was sich um Docker herum entwickelt hat, hat dafür gesorgt, dass wir es in fast allen Projekten bei uns einsetzen. Docker, oder genauer gesagt die Docker Community Edition, Docker CE, ist Open Source und, wie man hier sieht, zum größten Teil in Go geschrieben. Was macht eigentlich Docker? Docker realisiert Container. Aber bevor wir dazu theoretisch werden und uns fragen, was ist eigentlich genau ein Container, schauen wir es uns mal an. Ich habe hier eine Ubuntu-Virtuelle Maschine installiert, namens Argau, bei mir auf meinem Rechner und habe da auf dieser Ubuntu-Virtuellen Maschine dann Docker installiert. Wie das geht, kann man einfach der Installationsanleitung folgen, Docker Community Edition for Ubuntu. Ich habe aber die Instruktion auch nochmal unter dem Video verlinkt. Sobald man das gemacht hat, kann man hier loslegen und kann einen Container starten. Und das geht so. Ich setze ein Kommando ab, Docker run Postgres. Und was das jetzt macht, ist, es guckt lokal nach, habe ich das Image namens Postgres lokal vorhanden. Das Ergebnis ist nein, denn das ist eine neue Installation hier gewesen. Dann verbindet sich das Programm ins Internet auf die Seite hub.docker.com und lädt davon das Postgres-Image herunter. Wenn man nichts weiteres eingibt, wird das Latest-Image heruntergeladen. Und das Latest-Image entspricht aktuell zum Zeitpunkt gerade des Downloads der Version 11 oder 11.1 von Postgres. Hinter diesem Latest-Image, kann man hier nachschauen, stecken 117 Megabyte. Und diese 117 Megabyte sind genau die, die heruntergeladen wurden. Und das waren die Fortschrittsbalken, die man hier oben am Anfang gesehen hat. Sobald dieser Download vollständig ist, wird auf Basis des Images ein Container gestartet. Und in diesem Container läuft jetzt eine Postgres-Datenbank. Und hier ab, ich glaube, dieser Zeile sind das Ausgaben des Containers. Und der Container hat jetzt eine neue Postgres-Datenbank initialisiert und dann im Endeffekt Postgres gestartet. Hier steht, Database-System is ready to accept Connections. Und das heißt, die Postgres läuft jetzt in dem Container. Ja, so einfach war das. Und das Wahnsinnige an diesem gesamten System ist, dass das mit fast jeder Software gibt, die eben auf diesem hub.docker.com veröffentlicht ist. Und da ist ziemlich viel veröffentlicht. Zum Beispiel Nginx, das ist ja ein HTTP-Server, ist lokal nicht vorhanden, ist runtergeladen, startet und läuft schon. Und so schnell geht das. Wenn jetzt lokal so ein Image-Stand vorhanden ist, dann fällt natürlich der Download weg. Ich kann das mal gerade demonstrieren. Ich breche den Container hier nochmal ab mit STRG-C und starte nochmal Postgres. Und wir haben gesehen, die erste Zeile, die da ausgegeben wurde gerade, die kam schon aus dem Container von den laufenden Prozessen dort. Und das hat gezeigt, dass ein Container wahnsinnig schnell ist im Starten. Aber schauen wir es uns doch mal an. Ein Container ist in erster Linie ein isolierter Prozess unter Linux. Und das heißt, dass diese zwei Prozesse, also der Postgres-Prozess und der Nginx-Prozess hier, dass die voneinander isoliert sind. Und zum Beispiel ist es so, dass die Dateien, die der Postgres-Prozess auf die Festplatte schreibt, dass die vom Nginx-Prozess hier oben noch nicht mal gesehen werden können. Das heißt, die können nicht nur nicht gelesen werden, sondern der sieht die noch nicht mal. Ja, und das heißt, wir haben einen Host. Das ist meine Ubuntu-Virtuelle Maschine. Und darauf laufen aktuell bei mir zwei Container, Postgres und Nginx. Und die sind isoliert voneinander. Ja, das ist es im Prinzip. Der Riesenvorteil an Containern ist, dass der Overhead, den wir gegenüber virtuellen Maschinen haben, extrem gering ist. Ja, schauen wir es uns noch mal detaillierter an. Man kann jetzt eigentlich sagen, ein Container ist nicht nur ein isolierter Prozess, sondern ein isolierter Prozessbaum. Was meine ich damit? Naja, das folgende, wenn ich mir mal auf dem Host, ich habe hier noch eine Shell auf derselben virtuellen Maschine, wenn ich mir hier jetzt anschaue, zum Beispiel, welche Postgres-Prozesse laufen, dann sehen wir, dass da nicht nur einer läuft, sondern dass da tatsächlich mehrere laufen. Und alle diese Prozesse, also dieser gesamte Prozessbaum, läuft im Endeffekt in dem Container hier unten. Und genauso ist es auch mit dem Nginx. Auch der Nginx besteht nicht nur aus einem Prozess, sondern aus mehreren. Und wir sehen hier, der hat sich sogar umbenannt, um hier dem Entwickler ein bisschen zu helfen, in Nginx-Master-Prozess und Nginx-Worker-Prozess. Das sind eben die zwei Prozesse, die den Nginx ausmachen. Ja, deswegen sage ich hier Prozessbaum. Dann ist es so, dass es Stand heute nicht nur Container unter Linux gibt, sondern auch unter Windows. Unter Windows kann man so ein paar Microsoft-Produkte verpacken, aber in der Regel redet man, wenn man über Docker redet, eigentlich heute über Linux-Container. Und die letzte Ergänzung, das ist hier das Fragezeichen. Das habe ich dahin geschrieben, weil diese Isolation, die zwischen den zwei Containern, die wir jetzt laufen haben, die da besteht, die ist zwar relativ gut in dem Standardfall, wenn man bei dem Docker-Run-Kommando keine weiteren Optionen angibt, dann sind die Container ziemlich isoliert voneinander. Aber es kann natürlich sein, dass man diese Isolierung partiell voneinander aufheben will. Zum Beispiel könnte es sein, dass man den Nginx einsetzen will, um zum Beispiel die Log-Dateien, die der Postgres-Container geschrieben hat, ja auszuliefern über eine HTTP-Schnittstelle. Und wenn man das so aufsetzen will, dann will man natürlich, dass der Nginx-Prozess die Log-Dateien, die der Postgres-Prozess geschrieben hat, auch tatsächlich lesen kann. Und dann müsste man dem Docker-Run noch zusätzliche Optionen mitgeben. Und da würde man die Isolierung dann aufheben. Das heißt, im Standardfall ist das relativ gut, aber man muss da ziemlich aufpassen, welche Optionen man setzt. Damit macht man sich nämlich die Isolierung halt gegebenenfalls wieder kaputt. Als nächstes kann man sich fragen, was denn eigentlich hier in diesen 117 MB steckt, die da heruntergeladen wurden. Und da ist es so, dass da zwei Sachen drin sind. Und in einem Image, in einem Docker-Image, in den 117 MB stecken einerseits Dateien und andererseits Metadaten. Die Dateien, die da in dem Image drin liegen, das ist natürlich hauptsächlich das Executable, was wir ausführen. Und grundsätzlich sind die Images so konstruiert, dass eben nicht nur das Executable selbst, sondern auch sämtliche Bibliotheken, sämtliche Abhängigkeiten in dem Image zur Verfügung stehen. Und das heißt zum Beispiel noch zusätzlich zu dem Executable und den Bibliotheken sind natürlich im Image auch Konfigurationsdateien enthalten, wo zum Beispiel drin erwähnt ist, welchen Netzwerkport der Nginx-Prozess dann aufmachen soll. Zusätzlich zu den Dateien, die in dem Image drin sind, besteht das Image noch aus Metadaten. Und die Metadaten, die kann man sich mal anschauen. Und das kann man mit Docker-Inspect machen. Und da kann man Docker-Inspect-Nginx ausführen. Und da kriegt man jetzt ein langes JSON-Objekt, was genau die Metadaten beschreibt, zurück. Ich will jetzt hier mal nur auf einen Punkt eingehen, und zwar auf das Command. Das Command beschreibt, welche Befehlszeile ausgeführt werden soll, wenn ein Container auf Grundlage dieses Images gestartet wird, ohne dass man das jetzt weiter parametrisiert hat. Beim Nginx-Image ist das Command Nginx-g daemon off. Und das ist natürlich genau das, was wir auch in der Prozessliste sehen. Wir sehen, dass hier ein Prozess läuft, Nginx-g daemon off. Und das ist genau das, was passiert ist. Als wir Docker-Run Nginx ausgeführt haben, da wurde ein Prozess im Container gestartet mit dieser Befehlszeile. Ja, das ist das Image. Und diese Daten wurden eben beide heruntergeladen von der Webseite von hub.docker.com. Und dann haben wir lokal auf Grundlage des Images einen Container gestartet. Jetzt stellt man sich meistens die Frage, wenn man in einem Unternehmen ist, wie man seine eigenen Images produzieren kann. Und dann kommt man zu einer Software-Landschaft, die ungefähr so aussieht. Man sagt erstmal, ich habe meine Software, die ich in meiner Cloud laufen lassen will. Und die Software ist meistens in ein Source-Code-Kontrollsystem reinkommittet worden. Oder in diesem Source-Code-Kontrollsystem ist zumindest hinterlegt, wie eine vorhandene Software aus dem Internet heruntergeladen und konfiguriert wird. Diese Konfiguration oder die Software selber, der Source-Code, wird dann vom Build-Server ausgecheckt, genommen, kompiliert, zusammengepackt und dann veröffentlicht. Und das veröffentlicht wird hier ein Artefakt der Software. Das heißt also irgendeine Form von Archiv meistens, das die Software enthält und die Konfiguration. Und in unserem Fall, wenn wir über Docker reden, betreiben wir hier eine Software, die nennt sich Docker Registry oder auch eben Hub. Und das ist eine Software, die Docker-Images für uns speichern kann. Mit dieser Software könnte man sich vorstellen, dass die Webseite hub.docker.com betrieben wird. Allerdings ist es so, dass die Software, die hinter hub.docker.com steht, nicht Open Source ist. Wir werden da eine kleine Open Source Variante verwenden, die aber im Endeffekt das gleiche API hier anbietet. Und das heißt, dass die Software hier per HTTP hochgeladen werden kann und auf dem Rechner, wo wir sie im Endeffekt laufen lassen wollen, dann, bevor wir sie starten, natürlich heruntergeladen werden kann. Und als Beispiel für dieses System will ich jetzt mal zeigen, wie wir eine eigene Homepage in einem Docker-Image verpacken, das Docker-Image veröffentlichen und wie wir es dann in Produktion laufen lassen würden. Schauen wir uns das mal an. Dazu habe ich hier einen Ordner vorbereitet, myenginex. und wir haben hier zwei Dateien. Das eine ist die eigene Homepage. Ja, die ist relativ knapp gehalten. Hallo aus Docker. Und die andere Datei, die wir haben, ist das sogenannte Docker-File. Und das Docker-File beschreibt, wie ein Docker-Image gebaut werden soll. Das Docker-File wird üblicherweise zeilenweise interpretiert. Und jede Zeile beginnt mit einem Befehl, der für das Docker-File spezifisch ist. Das heißt, es ist eine eigene Sprache, die wir haben. Und das heißt, dass man diese Befehle hier vorne einfach mal auswendig lernen muss. Und ich zeige jetzt hier einfach mal die fünf am häufigsten vorkommenden Befehlsarten. Üblicherweise beginnt das Docker-File mit einem From-Kommando. Und From bedeutet, dass wir hier ein Docker-Image angeben, was aus dem Internet heruntergeladen wird und auf Grundlage dessen wir weitermachen. Das heißt, es gibt hier auf hub.docker.com ein Image namens Ubuntu. Das ist ein Ubuntu-Basissystem. Und da gibt es eben hier die Version 1804 mit 32 Megabyte. Und dieses Image wird jetzt hier heruntergeladen. Und auf Grundlage dieses Images machen wir weiter. Das Run-Kommando wird dann als nächstes ausgeführt. Und zwar wird das Run-Kommando, also alles, was dahinter kommt, auf Grundlage dieses Images ausgeführt. Das heißt, da wird ein temporärer Container zum Bild gestartet. Und in dem Container auf Grundlage des Ubuntu-Images wird der Befehl apt-get-update ausgeführt. Und ja, Leute, die sich mit Ubuntu bzw. Debian-Administration auskennen, die wissen, was das macht. Das verbindet sich nämlich ins Internet und lädt die Paketlisten von Ubuntu 18.4 herunter. Das ist nämlich so, dass diese 32 Megabyte hier oben, die sind so schmal, so klein gehalten, da sind noch nicht mal die Paketlisten von Ubuntu drin. Da ist lediglich, kann man eigentlich sagen, das Package Management Utility apt-get drin. Und das kann ich eben ausführen. Das heißt, dieser Befehl lädt dann die Paketlisten herunter. Die Paketlisten werden dann zum Image hinzugefügt und sind dann ab jetzt vorhanden. Und deswegen kann ich dann im nächsten Schritt noch ein Run-Kommando ausführen. Und apt-get-install, engineX, ja, das ist jetzt wahrscheinlich klar, das installiert mir die Software engineX zusammen mit allen Abhängigkeiten. Das minus Y sagt noch, dass uns dieses Kommando bitte keine Fragen stellen soll, also nicht interaktiv sein soll, sondern dass wir zur Bestätigung einfach die Standardantwort Ja oder Englisch eben Yes annehmen. Ja, das heißt, dann ist engineX mit allen seinen Abhängigkeiten installiert. Mit dem env-Kommando ändern wir jetzt im Gegensatz zu den zwei Befehlen davor keine Dateien, sondern mit dem env-Kommando ändern wir nur die Metadaten des Images. Und mit dem env-Kommando fügen wir in den Metadaten einen Eintrag hinzu, dass bei allen Prozessen, die jetzt auf Grundlage dieses Images gestartet werden, dass eine Umgebungsvariable vorhanden sein soll. Und das ist eben der Key der Umgebungsvariable, ist meine Umgebungsvariable und der Wert ist 1, 2, 3. Und das heißt, für alle Prozesse, die in Zukunft gestartet werden, ist diese Umgebungsvariable gesetzt. Jetzt ist es so, bei dem engineX Beispiel hier hat diese Umgebungsvariable keinen Effekt, aber ganz häufig ist es so, dass man die Software, die man im Container betreibt, durch Umgebungsvariablen konfigurieren kann. Und deswegen habe ich das hier aufgeführt. Das ist eine Variante, wie man Umgebungsvariablen in den Container reinbekommt. Der nächste Befehl ist das add-Kommando. Und das add-Kommando nimmt die lokal vorhandene Datei index.html, das ist genau die, die hier rumliegt, und fügt die in das Image hinzu, und zwar in das Verzeichnis var www.html. Das ist das Verzeichnis, aus dem engineX seine Dateien, also als HTTP-Server ausliefert. Und das heißt, engineX wird jetzt unsere Webseite dann deswegen ausliefern. Ja, und mit dem letzten Kommando ändern wir auch wieder nur die Metadaten. Und mit diesem Kommando erzeugen wir genau diesen Command-Eintrag, den wir oben bei dem offiziellen engineX-Image gesehen hatten, und setzen das Kommando, was ausgeführt werden soll, wenn ein Container auf Grundlage unseres Images hier gestartet wird, setzen wir die Befehlszeile auf engineX minus g daemon off, und das heißt, da wird dann auch einfach genau engineX gestartet. Ja, und das können wir jetzt mal ausführen. Wir können jetzt sagen, Docker Build Punkt. Und dieses Punkt übernimmt das aktuelle Verzeichnis und alle seine Unterverzeichnisse und baut daraus einen Container. Und was Docker standardmäßig macht, ist, dass es eben in diesem Verzeichnis eine Datei namens Dockerfile sucht und die dann Schritt für Schritt ausführt. Ja, das machen wir jetzt mal. Und wir sehen jetzt hier, Schritt 1 von 6 ist from Ubuntu, und dieses Ubuntu-Image ist lokal nicht vorhanden, und deswegen wurde es heruntergeladen. Jetzt Schritt 2 ist dann das Herunterladen der Paketlisten. Jetzt Schritt 3 ist das Installieren von engineX. Wir sehen hier die ganzen Lib-Pakete, die installiert werden. Das sind die ganzen Bibliotheken, die engineX zum Laufen braucht. Und dann Schritt 4, 5, 6, alles ausgeführt, fertig. Und unser Ergebnis ist ein Image, was aktuell durch seine Image-ID identifiziert wird, 353. Und die Image-ID ist im Endeffekt nichts anderes als der Hash-Wert des Inhalts des Images. Und das können wir uns auch anschauen. Es gibt den Befehl Docker Images. Und mit Docker Images kann ich mir anschauen, welche Images lokal vorhanden sind. Und dann sehen wir eben Postgres und engineX, die ich gerade eben runtergeladen hatte. Wir sehen das Ubuntu-Image, was ja beim Bauen verwendet wurde. Und wir sehen eben auch das gerade produzierte Image 353. Und aktuell hat das hier noch keinen Namen bekommen, aber die ID. Und die ID würde schon natürlich ausreichen, um es zu referenzieren. Aber die ID ist natürlich relativ hässlich, da ich von außen nicht sagen kann, was dahinter steckt, da ich da keine Funktion dran ablesen kann. Deswegen ist es üblicherweise so, dass man beim Bauen gleichzeitig noch eine Option angibt, mit der man das Image gleichzeitig benennt. Und ich nenne es jetzt mal MyEngineX Doppelpunkt 1. Dieses Doppelpunkt 1, das ist die Version des Images. Und das ist einfach gute Praxis, dass man alle Images, die man baut, versioniert, damit man eben unterscheiden kann, wenn man sozusagen Fehlerberichte bekommt, damit man nachvollziehen kann, in welcher Version gab es denn genau diesen Fehler. Ja, wenn ich das Kommando jetzt nochmal absetze, dann werden wir sehen, dass das viel schneller läuft als beim ersten Mal. Und das liegt daran, dass in allen sechs Schritten hier der Cache verwendet wurde. Das heißt, Docker hat entdeckt, dass die Eingaben für jeden Schritt noch genau dieselben sind. Das heißt zum Beispiel, dass das Ubuntu 18.4 Image, was wir verwenden, immer noch dasselbe ist. Dass der Befehl, den wir dann darauf ausführen, immer noch derselbe ist. Und deswegen hat Docker in sämtlichen Schritten gesagt, alles klar, die Eingaben sind dieselben, also ist die Ausgabe dieselbe und deswegen können wir den Cache verwenden. Tatsächlich ist es so, dass es natürlich nur bedingt stimmt, denn es hätte sein können, dass zum Beispiel sich die Ubuntu-Paketlisten in der Zwischenzeit geändert haben. Aber das würden wir hier in diesem Fall nicht mitkriegen. Der Riesenvorteil von dem Cache ist allerdings, dass er den Bild von diesen Docker-Images wahnsinnig schnell macht, wenn man ständig dasselbe Image baut. Schauen wir es uns mal an, Docker-Images und wir sehen jetzt, dass die 353 wieder produziert wurde. Das ist auch ein Effekt des Caches. Das heißt, dadurch, dass wir alle das gecachede Ergebnis verwenden, ist auch dieselbe Image-ID verwendet worden, also 353. Und diese Image mit der ID 353 hat jetzt zusätzlich noch einen Namen bekommen, nämlich myenginex1. Und wir haben jetzt das Image und das könnten wir jetzt auch laufen lassen und könnten sagen, docker run myenginex1. Und da läuft es schon, enginex gibt standardmäßig nichts aus und jetzt könnten wir von diesem Container die Homepage abrufen. Aber ich zeige erst mal gerade, wie wir das Image jetzt sozusagen von unserem Build-Server rüber in die Registry kriegen und dann in Produktion kriegen und wie wir dann dort die Homepage abrufen. Aber bevor ich das zeigen kann, will ich noch ein paar zusätzliche Docker-Befehle zeigen. Und zwar ist es folgendermaßen. Erstmal gibt es den Befehl docker ps. Mit docker ps kann ich mir anschauen, welche Container gerade laufen. Und da sehe ich gerade zwei Einträge, nämlich den myenginex und den enginex. Und hier vorne sehe ich die Container-IDs, die diese zwei Container haben. So, und wenn ich die Container-IDs habe, dann kann ich den Container auch anhalten hier, docker stopp, und kann den Container beenden. Das heißt, der gesamte Prozessbaum, der jetzt diesen myenginex-Container ausmacht, wird jetzt terminiert. Und man sieht, dass der wahrscheinlich hier in den Timeout reingelaufen ist, denn das Ganze hat ziemlich lang gedauert. Und jetzt ist der Container beendet. Der ist jetzt trotzdem lokal noch vorhanden. Denn wenn ich mit docker mit ps-a reinschaue, dann sehe ich nicht nur laufende Container, sondern auch, wenn man so will, tot rumliegende Container. Und da sehen wir, dass diese b9b tatsächlich immer noch rumliegt. Und das heißt, natürlich könnte ich den jetzt wieder starten, wenn ich hier jetzt natürlich wieder Start sagen würde. Das will ich aber gerade nicht. Ich will hier mal aufräumen und sage, bitte entferne doch den Container. Und jetzt ist der wirklich weg. Jetzt taucht er auch mit docker ps-a nicht mehr auf. Und um alles aufzuräumen, kann man folgendes machen, dass ich einfach docker rm-f mache. Und minus f sorgt dafür, dass der Container gestoppt wird und gleich removed wird. Und das mache ich mal gerade mit allen drei Containern. Und dann sind wir hier sauber dabei und lokal läuft nichts mehr. Sehr gut. Denn als nächstes will ich hier die Registry betreiben. Die Registry, die Software, die uns sozusagen die Docker-Images speichert, die läuft, wie könnte es denn anders sein, selbst auch in einem Docker-Container. Und den kann ich mal gerade starten. Den starte ich so. Und zwar ist es zunächst mal so, dass docker run registry 2 eigentlich fast schon ausreichen würde. Registry 2 heißt einfach, verbinde dich auf hub.docker.com, lade da das Docker-Image namens registry herunter in der Version 2 und lass das in einem Container laufen. Das würde schon ausreichen, um die Software zu betreiben. Ich habe hier aber noch zwei Optionen angegeben. Minus d heißt, dass dieser Container im Hintergrund laufen soll. Das heißt, die Kommandozeile, auf der ich das Docker-Run absetze, die ist dann nicht blockiert. Und üblicherweise lässt man Software natürlich so laufen mit minus d, damit die sozusagen als ein Demon im Hintergrund läuft. Und dann haben wir das Kommando minus p. Das minus p brauche ich, damit ich über Netzwerk mit über die Localhost-Adresse auf den Port 5000 zugreifen kann. Und dieser Port 5000 dann auf den Port 5000 im Container weitergeleitet wird. Aber das werden wir uns gleich nochmal an einer anderen Stelle ansehen, was das minus p genau macht. So, das führe ich jetzt mal aus. Jetzt lädt er sich hier die Registry-Software runter und der Container läuft jetzt im Hintergrund. Und die ist jetzt verfügbar. Ich könnte die Registry jetzt ansprechen über Localhost 5000 und kriege da keine Antwort zurück. Mit minus v sehen wir, da kommt einfach 200 okay, aber keine Daten zurück. Und das heißt, die läuft da jetzt im Hintergrund und wäre bereit, um hier Docker-Images entgegenzunehmen. Die Registry, die ich hier betreibe, die ist in keiner Weise abgesichert, weder TLS-verschlüsselt noch authentifiziert. Aber das macht für diese Demo mal nichts. Ja, wenn ich jetzt dieses Image MyEngineX, was ich lokal gebaut habe, auf die Registry hochladen will, dann muss ich folgendes machen. Als allererstes gebe ich diesem Image MyEngineX nochmal einen neuen Namen. Schauen wir es uns mal gerade hier an. Ich führe das nochmal aus. Docker-Images. Hier haben wir die Tabelle in schön. Und zwar vergebe ich dem MyEngineX Doppelpunkt 1 einen neuen Namen und nenne das localhost 5000 slash MyEngineX Doppelpunkt 1. Und das hier vorne, das ist genau die Adresse der Registry. Wenn ich die jetzt natürlich irgendwo bei mir im Unternehmen, in der Infrastruktur betreiben würde, dann würde da der echte Name der Registry stehen. Das wäre zum Beispiel eben abc.predicate.de oder sowas. So, diese Umbenennung, oder nein, Umbenennung ist ja nicht, es ist ein zweiter Name. Das ist eine rein lokale Aktion. Das heißt, wir haben jetzt das Image 353. Das existiert natürlich immer nur noch einmal auf der Festplatte. Aber das hat jetzt zwei Namen. Und zwar MyEngineX Doppelpunkt 1 und localhost 5000 MyEngineX Doppelpunkt 1. Diese Namen existieren beide nur auf dem Bildserver. Aber den zweiten Namen, den mit localhost kann ich jetzt verwenden, um das Image genau auf die Registry, die unter localhost 5000 erreichbar ist, hochzuladen. Und das mache ich jetzt. Ich führe nämlich Docker Push aus. Und Docker Push kriegt jetzt so einen Namen mit der Registry drin übergeben. Und es erkennt also, ah, die zugehörige Registry ist localhost 5000 und lädt das Image jetzt an die Registry hoch. Und das ist genau hier dieser Vorgang. Das war's. Und als nächstes will ich natürlich zeigen, wie wir jetzt in Produktion das Image uns runterladen würden und hier lokal starten würden. Damit ich das simulieren kann mit derselben virtuellen Maschine, mache ich jetzt mal Folgendes. Und ich lösche einfach das lokal vorhandene Image MyEngineX und auch dieses localhost MyEngineX. Und zwar setze ich dazu ein Docker RMI ab, das entfernt ein Image-Namen in erster Linie. Jetzt ist der erste weg und jetzt entferne ich den zweiten. Und beim zweiten entdeckt er jetzt, dass das Image 353 keinen Namen mehr hat. Und dann löscht er auch sofort das Image. Das sieht man hier. Da hat er jetzt zusätzlich die Daten vom Image gelöscht. Und mit Docker Images sehen wir jetzt, dass MyEngineX ist jetzt lokal gar nicht mehr vorhanden. Und das ist natürlich üblicherweise das Szenario, was man bei Beginn, wenn man die Software zum ersten Mal startet, hier in Produktion antrifft. Das heißt, auch in Produktion hätte man sich einfach eine Docker Engine installiert und würde jetzt ein Kommando absetzen. Und zwar docker run my localhost 5000. Das wäre wieder die offizielle Adresse der Registry in meiner Infrastruktur. Und dann myEngineX.1. Und das würde man jetzt in Produktion ausführen. Und ich füge mal eine Kleinigkeit hinzu. Und zwar sage ich, der Port 80 soll auf der virtuellen Maschine weitergeleitet werden an den Container Port 80. Und wir schauen uns gleich mal an, was das macht. Und jetzt läuft in Produktion also dieser myEngineX-Container. Und wenn ich jetzt auf dieser Maschine bin, auf der virtuellen Maschine, könnte ich eben auf localhost zugreifen. curl setzt ja einfach ein HTTP-Get-Befehl ab. Und da kommt jetzt zurück Hallo aus Docker. Und genau das Gleiche kann ich tatsächlich von außen machen. Wenn ich hier einfach mal HTTP-Argau abrufe, das ist ja der Name der virtuellen Maschine, dann kriege ich auch Hallo aus Docker zurück. Und das ist eben genau, weil ich dieses minus P gesetzt habe. Und um das zu verstehen, sollten wir mal kurz über die Netzwerkssicht von Containern reden. Und zwar ist es so, dass ein Container, der auf meinem Host läuft, dass die ja eigentlich, wie ich gesagt habe, relativ isoliert voneinander sind. Aber übers Netzwerk können die aufeinander zugreifen, standardmäßig. Und das, was hier gezeigt ist, ist der Standardfall. Und das heißt zum Beispiel, dass der Nginx-Container mit der Software, die da drin läuft, standardmäßig sich auf die Postgres-Datenbank über Netzwerk hätte verbinden können. Und das heißt zum Beispiel, wenn der Nginx-Container das Passwort und den Datenbanknamen von der Postgres-Datenbank gekannt hätte, dann hätte er einfach so auf die Datenbank zugreifen können. Nicht auf die Dateien, aber über Netzwerk eben auf die Datenbank. Also in Postgres wäre das ja Port 5432. Und natürlich ist die Frage, ob in dem Nginx-Container tatsächlich irgendeine Software sitzt, die da diese Verbindung versucht aufzumachen. Aber die Frage ist ja zum Beispiel auch, was passiert, wenn ein Hacker den Nginx-Container übernimmt, was kann der machen? Und der hätte sich halt wirklich über das Netzwerk auf die Postgres-Datenbank verbinden können. Und wenn das Passwort dann nicht sicher wäre, hätte man vielleicht ein kleines Problem. Okay, ja, das heißt, das muss man sich klar machen, standardmäßig ist der Netzwerkzugriff unter Containern, die auf demselben Host laufen, erlaubt. Zusätzlich ist es so, dass standardmäßig ein Container in das Netzwerk außerhalb des Hosts zugreifen kann. Und dann ist die Frage, ob natürlich das Netzwerk hier draußen, ob das weiter routet ins Internet. Und wenn das so ist, dann könnte ein Container sich einfach ins Internet verbinden und da irgendwelche, ja ich sag mal, Daten hochladen oder runterladen. Und das ist auch die Frage, ob das gewollt ist. Standardmäßig ist es jedenfalls erlaubt. Und das heißt, wenn ich mir jetzt ein Container, ein Docker-Image herunterlade, dann muss ich mich immer fragen, aus welcher Quelle kommt das? Ist die vertrauenswürdig? Wenn die nicht vertrauenswürdig ist, dann kann ich erst mal sagen, ja gut, ein Container auszuführen ist, solange es keine Sicherheitslücken im Linux-Kanal gibt, eigentlich eine relativ sichere Operation. Aber wenn ich natürlich in einem Container, wo ich nicht genau weiß, welche Software da drin läuft, was die macht, was die mit den Daten macht, die ich in einem Container hinterlege, dann könnte es sein, ich hinterlege da irgendwelche Geheimnisse und die Software lädt die einfach hier fleißig ins Internet hoch. Da gab es zum Beispiel Fälle, kann man bei heise nachlesen, von Postgres-Images, die Kryptowährung gemeint haben und die an den Autor ins Internet hochgeladen haben. Das ist natürlich so, dieses Postgres-Image, was ich hier gezeigt habe vorhin, bei dem ist das nicht der Fall. Das kommt nämlich offiziell von Docker und deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass da sowas nicht passiert. Aber das muss man sich vor Augen führen. Standardmäßig ist es auch so, dass man aus dem Netzwerk nicht auf den Container zugreifen kann. Und das ist ja genau das Problem. Wenn wir hier unsere Homepage betreiben im Container, dann wollen wir ja, dass das Netzwerk auf die Homepage zugreifen kann. Und deswegen geben wir dieses Minus-P8080 an und das sorgt dafür, dass die erste 80 hier am Host geöffnet wird. Da wird dann ein TCP-Port geöffnet und der wird weitergeleitet an den Container-Port 80. Und das ist dann zusätzlich erlaubt. Und deswegen hat hier dieser Zugriff von außen auf Aargau funktioniert. Noch ein letztes Wort zum Thema Infrastructure as Code. Das ist so ein Motto, was wir eigentlich in allen Projekten durchziehen. Und das bedeutet, dass man alle Befehle, die man hier auf den verschiedenen Maschinen ausführt, also da war es ja hier sowas wie Docker-Build, Docker-Tag, Docker-Push und dann hier unten Docker-Run-Loglost 5000 mit Minus-P und so weiter, dass man alle diese Befehle unbedingt in irgendein, ja zum Beispiel Git-Repository oder generell ein Source-Code-Kontrollsystem einchecken sollte und dort versionieren sollte. Denn nur wenn man das gemacht hat, dann kann man die Frage beantworten, wer hat eigentlich an meiner gesamten Infrastruktur hier wann was geändert. Und wenn man diese Frage beantworten kann, dann sorgt das üblicherweise dafür, dass man ein viel leichteres Debugging hat und eine gute Reproduzierbarkeit und damit eine viel schnellere Fehlersuche. Ja, es gäbe hier noch viel zu tun. Wir müssten die Registry irgendwo absichern und unter einem offiziellen Namen betreiben. Wir könnten uns angucken, was ist mit dem Bauen von Software, zum Beispiel bei Java-Projekten. Das hat nochmal so seine ganz eigene Problemstellung. Der Betrieb von Java ebenfalls. Wir könnten uns angucken, wie optimieren wir die Geschwindigkeit, wie wir sozusagen aus dem Source-Code-Kontrollsystem bis in Produktion kommen. Wir könnten uns fragen, wie automatisieren wir den ganzen Prozess. Aber ich würde sagen, wir lassen es mal dabei. Ich schlage vor, besorgt euch eine Ubuntu-Virtuelle Maschine, installiert euch Docker darauf und probiert einfach mal die Befehle aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. In dem nächsten Video werden wir uns dann Kubernetes anschauen. Und Kubernetes wird Docker verwenden, um mehrere Maschinen, um mehrere Hosts, um eine ganze Cloud zu kontrollieren. Aber eins nach dem anderen. Bis bald.